Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab' sie geschenkt gekriegt. Ist ja gar nicht wahr. Sie gehört uns beiden. Lass sofort los, oder ich sag's meinem Vater. Fällt mir doch gar nicht ein. Lass los, ich will sie dir doch nur geben. Da, aber wenn du sie aufhast, krieg ich die Hälfte. Ach komm, geh her, ich zeig dir, wie man das macht. Hey, lass es mich mal versuchen. Achtung. Passt auf, damit ihr was lernt. Au, war das toll. Hey, gib her, lass mich trinken. Von der Milch gehört mir auch die Hälfte. Seht ihr, man muss nur wissen, wie man's macht. Trink nicht zu viel. Ich will auch noch was. Jetzt komm ich wieder dran. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt reicht's, aber mach das, dass du rauskommst, dass ich hier bloß nicht mehr blieb, um mir das Geschenk kaputt zu machen. Weißt du, eine bodenlose Schweinerei. Das ist ja schlimmer als die Euschreckenplage, die Pest und die Pest. Warum schreien Sie so? Hat er Ihrer Frau in den Hintern gezwickt? Wenn's nur das wär, er hat mir heute schon fünf Händen und fünf Hosen verbrannt. Er hätte es geschafft, dass morgen halt San Francisco in Unterhosen rumlaufen muss. Und was ist mit dir? Bist du neu hier in Fisco? Ja. Das heißt also, du suchst Arbeit? Ja. Du kannst gleich bei mir anfangen. Was, beim Unterhosen zählen? Ich hab ne Bügelei, siehste, das schild nicht. Du kannst die Stelle von diesem Brandstifter übernehmen. Aha. Bügeln liegt er also nicht. Aha. Vielleicht möchtest du lieber in der Wäscherei meiner Schwester anfangen. Oder du gehst ins Restaurant meines Schwagers Tao Shi als Tellerwäscher. Danke, kein Bedarf. Ich bin nicht ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gekommen, um mich hier genauso abzuschicken wie zu Hause. Gut, bügel weiterhin. Hoffentlich war das kein Fehler. So viel Arbeit gibt's hier nicht. Und schon Konfuzius sagte nur, die Klugen und die Dummen werden sich niemals ändern. Warum drängeln Sie denn so? Was ist mit Ihrem Gepäck? Ich hab keine... Bitte eine Fahrkarte nach Texas. Was kostet die Fahrt? Dann geben Sie mir eine Karte. Hey, wie lang dauert denn das? Nur keine Hass, meine Herrschaft. Warten Sie gefälligst, bis Sie dran sind. Dann fassen Sie mich nicht an. Mister, entschuldigen Sie Mister, aber ich möchte eine Fahrkarte haben. Eine Fahrkarte nach Texas wollen Sie, aber wohin? Texas ist groß. Dallas, Abilene, El Paso, in welche Stadt wollen Sie? Ist mir egal, in irgendeine. Also gut. Einmal Texas zum Auszug. John erschlägt den Bill. Bill erschlägt den Kitt. Kitt erschlägt den Jack. Jack erschlägt den Slim. Slim erschlägt den Kalle. Und ich erschlage alle. Jesse, Jimmy. Nur Mut, meine Herrschaften, immer hinein in die gute Stube. Wir fahren gleich ab. Alles einsteigen. Hey du, wo willst du hin? Nach Texas, wenn es recht ist, Kutscher. Dein Platz ist da oben, Chinggis Khan. Auf dem Billett steht, ich kann es mir aussuchen. Dann bist du im Irrtum, aber du kannst dir aussuchen, ob du einen Pfund aufs Hirn, in Arsch oder lieber in die Eier haben willst. Schwing dich auf, da siehst du mehr von Texas. Wir feiern. Wir feiern, wir feiern, wir feiern. Wir feiern, wir feiern, wir feiern. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eine halbe Stunde Rast, um die Päde zu wechseln. Bier und Whisky gehen zu Lasten der Reisenden. Na los, runter, Genghis Khan. Du bist da. Wo bin ich da? In Texas, genau wie es auf deiner Fahrkarte steht. Hier ist so viel Texas, dass du da von Bauchweh kriegst. Was soll ich hier? Ich will in eine Stadt. Hier ist es gesünder für dich. In der Stadt verkaufen sie dich als Kanarienvogel. Ein Krug Milch kostet einen halben Dollar. Eine Handvoll Reis kochen? Was kostet das? Das macht auch einen halben Dollar. Sonst noch was, euer Jan? Ja, Wasser. Ich möchte gern baden. Das Wasser kostet hier genauso viel wie die Milch. Die meisten kratzen sich hier nur, weil es billiger ist. Kennst du den Witz mit den zwei Strangen? Da wird natürlich... Also, pass auf. Da kommt einer in den Draxtor und wundert sich über zwei Strangen, die tausend Dollar kosten sollen. Da sagt der Verkäufer, hören Sie mal, das ist ein original ostsibirisches Scheißhaus. Und nun stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der verschneiten Taiga und müssen mal. Dann stecken Sie die kürzere Stange in den Schnee und hängen Ihre Kleider dran. Und die längere klemmen Sie sich einfach unter den Arm und wedeln damit die Walfe weg. Schon wieder einer. Wisst ihr eigentlich, warum es in Amerika so viele Chinesen gibt? Nein, warum denn? Weil Sie alle, die Sie nicht mehr brauchen können, ins Meer schmeißen. Und weil Sie so leicht sind, treibt Sie die Strömung hierher. Der hat anscheinend keine Ahnung, dass wir hier in einem zivilisierten Land sind, wo man mit der Gabel ist. Vielleicht muss ihm das mal jemand sagen. Nein, 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 lieber nicht. Der könnte sich ins Fingerchen stechen. Sag mal, Bambusbrössling, ist es wahr, dass die Gelben, wenn sie Angst haben, grün werden? Für jede Angst gibt es eine spezielle Farbe. Ja, aber wir würden zu gerne mal sehen, welche Farbe deine Angst hat. Ich darf wohl annehmen, dass das nicht Absicht war, oder? Nein! So was würden wir nicht... Niemals! Ja, niemals! Noch einen Krug Milch, bitte. Endlich haben wir die Indianer vom Hals und was ist? Scheiße! Jetzt schwirren die Gelben Neuschrecken durchs Land. Ist doch wahr, oder? Wer ist dieser Milch-Bubi eigentlich? Der geht mir mit seiner Überheblichkeitstour auf den Sack. Eine Gabel, bitte. Habt ihr gehört? Er will mit der Gabel weiter essen. Ich sag's ja, man muss nur mit den Leuten reden. Hey, gelber Freund, putz mir die Schuhe. Dann spendiere ich dir ein Glas Kuhsaft. Na? Bist du schwerhörig? Ich hab gesagt, du sollst mir die Schuhe putzen. Ich bin sehr empfindlich und hab's nicht gern, wenn man so laut mit mir redet. Ich bin sehr. Ich bin sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr. Jedem Arsch sein Loch. Wo gibt's hier Arbeit? Der Mensch lebt nicht von Milch allein, hab ich gehört. Ja, ja, das stimmt. Nicht ganz eine Meile von hier liegt eine kleine Rentsch. Alles anständige Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lieber nicht. Los, der Nächste. Ach, das klappt nicht mehr. Ich glaub, wir haben heute gegessen mit. Rund zehn. Los, kleiner Holger Eisen. Ich schau mal, wer da kommt. Hallo. Seid ihr Cowboys? Nein, wir sind Pfadfinder und Hochwürden Braun unterweist uns gerade in der hohen Kunst des Streckens und Häkelns von Mauchbinden, damit wir im Winter nicht frieren. Ich suche Arbeit auf einer Ranch. Ach, du meinst, du willst waschen, flicken, nähen und so weiter. Nein, ich will als Cowboy arbeiten. Chinesischer Cowboy, das hätte meine Oma hören sollen. Ich wette doch noch davon will eine Kugel. Das ist so ein großes Tier mit Hörnern. Hey, sag mal, wo hast du denn dein Pferd gelassen? Ein eigenes Pferd habe ich leider noch nicht. Aber ihr könntet mir eins auf Kredit geben und ich zahle es mit meiner Arbeit ab. Bei uns hier kauft man keine Pferde auf Kredit. Komm wieder, wenn du Geld hast, dann können wir uns weiter über dieses Thema unterhalten. Cowboy. Hey, pass mal auf, ich habe eine glänzende Idee. Ich finde, wir sollten uns einen kleinen Spaß mit dir machen. Ja, ja, ja. Hey, du. Warte einen Moment. Ich habe eine Idee, wie du schnell zu einem Pferd kommst. Wir machen ein kleines Spielchen. Wenn es dir gelingt, die zwei Übungen, die ich und der Dürre-Handiter dir zeigen, nachzumachen, dann kriegst du ein Pferd. Wenn nicht, dann musst du mir die ganze Brut hier zwei Monate lang die Socken waschen. Einverstanden? Aber ja. So ein richtiges Waschweib wäre mir trotzdem lieber. Bei deinen Unterhosen würde die gleich eine Gasvergiftung eingeben. Schau mal her, das ist dein Nagel. Den musst du bis zum Kopf in den Tisch reinschlagen, und zwar mit einem einzigen Schlag. Pass auf, ich zeige es dir. Jetzt ist aber blass geworden, der Kleine. Hallo, mein Lieber, hier ist der Nagel und der Hammer. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Der hat noch nie im Leben einen Hammer gesehen. Wie der den Nagel nimmt. Der hat den ohne Hammer reingeschlagen, das gibt es doch gar nicht. Der Junge hat keinen schlechten Schlag auf der Pfanne. Halten wir also nicht mit so billigen Tricks auf. Da drüben steht ein Pferd, siehst du es? Okay, pass gut auf, ich mache es nämlich nur einmal. Hast du gesehen, wie es geht? Also los, aber pass auf, das Tier ist ein bisschen nervös, da bricht man sich leicht den Hals. Auf geht's, los. Hey Chinese, pass auf, dass du beim rückwärts gehen dem Garl nicht in den Arsch kriegst. Nicht schlecht. Das ist ein Attest, der muss aus irgendeinem Zirkus sein. Ja, das kommt mir auch so vor. Also, wo ist mein Pferd? Weißt du, Geldsüchtiger, der Trick war nicht übel, aber für ein Pferd doch ein bisschen wenig. Nein, das war kein Trick. Ich habe ein Pferd gewonnen und will es auch haben. Mach, dass du wegkommst. Die Vorstellung ist zu Ende, wir müssen weiterarbeiten. Kriege ich jetzt das Pferd oder muss ich mit dir chinesisch reden? Schweigen ist gut, aber ein Pferd ist besser. Hier hast du dein Pferd. Na los, du Scheißkerl! Komm her und hol dir den Scheißkerl! Komm her, damit rasier ich dich! No! No! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Guten Abend, guten Abend. Na, was ist, Freunde, ein kleines Spielchen? Hm, ja, warum nicht? Zu viert ist es langweilig. Ja, es ist immer dasselbe Geld, das im Kreis rumgeht. Hm. Hm, vielleicht bleibst du bei dir mal hängen. Wie steht es mit dir? Hey. Hey, du scheinst gute Nerven zu haben. Spielst du Poker? Ja, auf dem Schiff habe ich ein paar Mal zugesehen. Wir haben gefragt, ob du mitspielst. Ich habe nicht viel Geld. Wie viel will ich wissen? Fünf Silber-Dollar. Das reicht gar, um die Zeit durchzuschlagen. Also gut, wenn es nun die Zeit geht. Liege es auf dem Tisch. Das hier ist ja üblich. Und was ist mit eurem Geld? Richtig, hätte ich bald vergessen. Ich muss geben. Habt ihr keine anderen Karten? Was hast du gegen die Karten? Die Asse sind abgegriffen. Das Blatt taugt nichts. Na ja, mir sind alte Karten immer noch lieber als gar keine Karten. Na, du hast recht. Dann nehmen wir die hier. Na gut. Fünf Dollar. Hm, hm. Ich geh mit. Ich auch. Ich passe. Ich habe drei Könige. Zu wenig. Ich habe drei Asse. Du hast den Glück, der Vollstand. Dir fehlt beides. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Gute Nacht. Langsam, Freundchen. Wir bestimmen hier, wann aufgehört er. Du solltest mal was gegen den Mundgeruch tun. Komm, habt ihr gehört? Er hat mich beleidigt. Los jetzt, Bart. Lass ihn in Ruhe. Das war die letzte Runde. Höchste Zeit, dass wir uns in die Falle hauen. Pfeif. Der ganze Wochenlohn ist im Eimer. Reg dich nicht auf, Opa. Denk an das alte Sprichwort. Welchem Spielglück in der Liebe. Ich muss nicht von Liebe. Mir ist vor zwei Wochen meine Lieblingskuh davongerannt. Lass ihn in Ruhe. Ich will es nicht. Ach Du. Ach Du. Ach Du. Ach Du. Ach Du. Ach Du. Oh, oh, oh. Was ist, willst du nicht mehr mitspielen? Wir können es kaum erwarten. Der Nächste. Eins, zwei, drei, vier. Da fehlt noch einer. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Entschuldigung, alles gewiss. Das letzte Woche habe ich mir überreden lassen. Ich war ein paar Schmüsse, mich wie ein Weihnachtspaket. Das hat doch nur Spaß. Ein alter Amerikaner schon braucht einen neuen Kündig zu feiern. Habe ich mir gleich gedacht. Und das ist ein alter Chinesischer, braucht sich zu bedanken. Trotzdem, ruhige Feiern sind mir lieber. Übrigens, wenn du neue Zähne brauchst, da liegen ein paar Dutzend. Ein Gebiss, meine schönen Beißerchen. Das war ein altes Ernststück von meinem Großvater. Grüß ihn schön, deinen alten Großvater. Das war ein Glück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schmuggel, meinst du also? Ach, das kannst du nennen, wie du willst. Für uns ist wichtig, dass die Ware durchgeht und dass die Kasse stimmt. Ah, da kommen sie, Billy und Frank. Hör mal, Sie sind da hinten im Canyon. Also los! Schmuggel, wir warten hier auf sie. Billy, David, ihr beide reitet voraus. Sagen Sie, wo ist denn das Vieh? Direkt vor deiner Nase. Es ist zweibeiniges Vieh. Erstens frisst es weniger und zweitens bringt es mehr Geld. Nimmst die Beine auseinander. Ich dachte, Amerika hat die Sklaverei schon lange abgeschafft. Wieso? Wer redet von Sklaven? Diese elenden Vogelscheuchen sind glücklich, dass sie hier arbeiten dürfen, anstatt drüben in Mexiko abzukratzen. Mr. Spencer bezahlt dem, der sie angeworben hat, eine anständige Prämie und dann verkauft er sie weiter an die Farmer im Osten. Nichts Ungewöhnliches, oder? Ja, es sind ja bloß Mexikaner. Halt, Muchachos! Hallo, Senor Greg! Wie geht's? Ich kann nicht klagen. Alles in Ordnung? Aber ja, natürlich. Was Juan in die Hand nimmt, das klappt auch. Die Vögel sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Die hast du wohl aus dem Altersheim entführt. Hier hast du die Kohlen. Aber das nächste Mal will ich ein bisschen bessere Ware sehen, klar? Gracias, Senor Greg. Immer zu Ihren Diensten. Adios! Adios! Ander, ander! Vámonos, Muchachos! Los, vorwärts! Und jetzt auf jeden anderer Wind! Was ist denn los, mein Junge? Stört dich was? Das sind ja keine Chinesen. Es sind Menschen. Eure Viehtreiber-Methoden stören mich. Du machst mir Spaß. Los, komm schon. Das Klima in der Gegend ist nicht sehr gesund. Lass! Vorwärts, Leute! Höchste Zeit, dass wir hier wegkommen! Ab vorwärts! Hey! Halt! Greg! Soldaten! Eine Patrouille kommt auf uns zu. Wir laufen ihn direkt in die Arme. Sie können uns abknallen wie die Kanickel. Und was ist, wenn wir da vorne über den Hügel gehen? Zu spät, Greg. Dann wisst ihr, was wir zu tun haben. Was? Hoah! Die Soldaten kommen! Haut ab! Los, halt schon! Nehmt die Beine in die Hand! Idioten! Rattern! 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 Nicht, Leute! Schießen Sie nieder! Scheiße, dass die Soldaten Leben in die Hände fallen! Geht los! Hier! Schießen Sie! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du musst besser zielen. Los, bring mich schon um. Ich war der Einzige, der nicht geschossen hat. Ich habe gar keinen Revolver. Das passiert nicht zum ersten Mal. Sie haben Angst, dass einer von den Soldaten gefangen genommen wird. Hilf mir, Fremder. Ich danke dir. Kannst du reiten? Ich, ich werde es versuchen. Du musst deine Leute warnen. Sag ihnen, dass Klaverei schlimmer ist als Hunger. Ich werde es ihnen sagen. Gott sei mit dir. Ich werde es ihnen sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ziemlich hohes ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 The ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das sind 2.000 Dollar. Den Rest bekommst du später. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Vertrauen gegen Vertrauen. Schau mal, siehst du die paar Häuser dort? Da bin ich zu Hause. Komm. Buenas Dias. Buenas Dias. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Das ist ein guter Freund von mir. Buenas Dias. Treten Sie ein. Komm rein. Das ist Manuel, Conchitas Bruder. Buenas Dias, Senor. Eigenartig, seit ich in Amerika bin, ist es das erste Mal, dass mich jemand mit Herr anspricht. Senor, da ist ein Mann draußen, der wartet auf Sie. Sie möchten rauskommen. Und was will er? Das hat er nicht gesagt. Bitte geh nicht, ich hab Angst. Ja, kann das sein. Vielleicht ist uns jemand gefolgt. Hab keine Angst. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Und er ist der Karate, Jack Lieber. Sie sind hier. Ich habe nicht vertreibet den Law. Ich habe, aber ich habe vertreibet, und noch ich live. You still credit the fairy tales of the master, I am here to kill you. Ja! Ha! 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 Hau! Das war's. Geh! 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 Ziel aufs Herz, Mercuria! Aufs Herz! Mein Leben gehört denjenigen, die Ungerechtigkeit erleiden. Meinen Leuten. Deinen Leuten. Ich habe meine Aufgabe und meinen Platz in dieser Welt gefunden. Es gibt so viel zu tun. Verstehst du das? Ich kann nicht anders. Liebvoll. Musik Musik Musik